Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Peer-to-Peer-Kredite News. Heute geht es um die Jordanien-Kredite auf Esketit, eine neue Gebühr auf Estate Guru, eine Senkung der Zinsen auf Twino, den Rückzug von Robocash aus Vietnam und es geht um einen 25%-Bonus bei Crowdpeer. Ja, da ist man mal eine Woche nicht zu Hause und dann bricht gleich der nächste Krieg aus. Am 7. Oktober begann mit dem Angriff der Hamas auf Israel ein neues Kapitel im Nahost-Konflikt. Auch einige P2P-Investoren sind näher an dem Thema dran, als ihnen vielleicht lieb ist. Und zwar all jene, die über die P2P-Plattform Esketit im Nachbarland Jordanien investiert haben, so wie ich. Zwar ist Jordanien noch nicht in den Konflikt involviert, jedoch finden im Land laut Auswärtigem Amt bereits Massendemonstrationen der Palästinenser statt und die Regierung übt öffentlich Kritik an Israels Reaktionen auf den Angriff, nämlich die Vertreibung von palästinensischen Zivilisten. So, und vor diesem Hintergrund muss man sich jetzt natürlich die Frage stellen, inwieweit man in Esketit-Kredite aus Jordanien zu lediglich 12% investiert sein möchte. Wir erinnern uns, dass es hier schon eine Zinssenkung gab und das aktuelle Risiko ist hier absolut nicht eingepreist. Zwar versichert das Management des jordanischen Kreditgebers, dass alles normal läuft, aber mal ehrlich, was wollen sie sonst sagen? Einen Tag vor der Russland-Invasion in der Ukraine liefen auch alle Geschäfte der Kreditgeber dort noch völlig normal weiter. Die Lage kann sich auch hier schnell weiter verdüstern. Mehr als 50% meines Esketit-Portfolios liegen in Jordanien, fast 8000 Euro immerhin. Zwar wäre eine Blockade dieser Gelder im Kriegsfall jetzt kein Weltuntergang, aber bisher war es ein gutes B2B-Jahr und das soll auch so bleiben. Ich selbst habe daher entschieden, meinen Autoinvest in Jordanien aus Sicherheitsgründen vorerst zu stoppen. Ich kann hier jederzeit zurückkehren und muss das nicht extra verzinstete aktuelle Risiko momentan nicht auf mich nehmen. Da alle Kredite sehr kurzfristig laufen, wir haben hier eine durchschnittliche Laufzeit von nur 20 Tagen, habe ich bisher keine aktiven Verkäufe vorgenommen und schaue nun mal ein paar Tage, wie sich die Lage weiterentwickelt und werde gegebenenfalls Verkäufe vornehmen oder den Abbau natürlich weiterlaufen lassen. Du musst natürlich jetzt für dich entscheiden, wie du in diesem Fall weiter verfahren möchtest. Schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wie du hierauf reagierst. Ein bisschen vorhersehbarer als der Krieg in Israel ist die neue Gebühr für SDGRO-Investoren, die gestern Abend noch in unseren Postfächern landete und die zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt eingeführt wird. Die neue AOM-Gebühr, also Assets Under Management, begründet SDGRO unter anderem mit der Einführung von Serviceverbesserungen wie den neuen Moody Ratings und der Verbesserung der Kreditpolitik. Die neue Gebühr wird für alle Kredite gelten, die ab dem 1.11. in euer Portfolio wandern. Die Gebühr wird dann monatlich eingezogen und beträgt 0,05% des Kapitalsaldos bei laufenden Krediten und gilt nur für Anleger, die innerhalb des jeweiligen Monats Erträge aus ihrem laufenden Kapital erhalten. Also nur, wenn du auch Erträge erwirtschaftest, wirst du diese Gebühr zahlen müssen. Für ausgefallene Kredite zahlst du also nichts. Zudem darf die Gebühr nicht mehr als 50 Euro pro Monat betragen. Ich bin mal gespannt, wie sich die Gebühr entwickelt. Zu Anfang ist sie aber wohl noch zu vernachlässigen. Weitere Details dazu findet ihr in der Preisliste von EstetGuru. Aber mit dieser Gebühr wird natürlich auch der Anspruch an die lang ersehnten Rückforderungen von EstetGuru weiter steigen. Ich hoffe, dass das Geld hier sinnvoll eingesetzt wird. Ja, und die schlechten Nachrichten für P2P-Investoren reißen auch in unserer dritten News nicht ab, denn die Zinsen der kürzlich auf Twino eingeführten Kredite von den Philippinen sinken von 13 auf 12%. Wir erinnern uns, im Rahmen ihres Joint Ventures Vamo, dass sie mit der P2P-Plattform WireInvest eingegangen sind, wurden diese Kredite zuvor auf WireInvest gelistet, zu 13% und nun kürzlich von Twino übernommen. Die 13% haben leider nicht lange gehalten. Ich glaube, nur zwei oder drei Wochen. Jedoch ist das Meckern auf ziemlich hohem Niveau, denn allgemein habe ich das Gefühl, dass der Zinsdurchschnitt auf Twino wieder höher liegt als noch vor einigen Monaten. Wenn ich nun in den Primärmarkt schaue, sind hier 1,8 Millionen Euro verfügbar. Und ich sehe fast ausschließlich Wertpapiere zu 12% auf der Plattform. Und wenn ich mich jetzt zwischen 12% Krediten von den Philippinen von Twino und 12% Krediten aus Jordanien von S-Kredit entscheiden müsste, dann würde ich wohl ganz klar Twino wählen. Die News Nummer 4. Nachdem Peerberry schon vor einiger Zeit angekündigt hatte, vietnamesische Kredite nicht mehr auf ihrer Plattform anzubieten, kam zuletzt auch die Nachricht vom Robocash-Mutterkonzern Una Financial, dass man sich vom vietnamesischen Markt zurückziehen werde, indem man seit 2018 aktiv war. Grund dafür waren wohl Abwägungen des weiteren Ausblicks und der entsprechenden Risiken, die dieser Markt mit sich bringt. Uns Investoren betrifft diese Änderung im Grunde erstmal nicht. Es gab nicht direkt vietnamesische Kredite auf Robocash, jedoch wurde über den Kreditgeber RC Riga Singapur das Vietnam-Geschäft finanziert. Hier einlaufende Gelder werden nun für andere Geschäftsbereiche in Südostasien genutzt, so das Statement von Una Financial. Es bleibt interessant in Vietnam und vor allem, ob auch andere Plattformen noch nachziehen werden. Beispielsweise ist auch Twino in Vietnam aktiv oder kleinere, neuere Plattformen wie LoanVest. Bei Robocash müssen wir zudem beobachten, ob durch diese Entscheidung das Kreditvolumen erneut sinken wird und das Cash Track entsprechend verstärkt. Mit unserer fünften News gibt es zum Ende hin nochmal eine positive Nachricht von der Peerberry-Schwester-Plattform Crowdpeer. Diese hat nämlich nicht nur weitere Projektgelder zurückgeführt, sondern ist auch verstärkt auf der Suche nach neuen Investoren. Die Angebotsseite scheint nämlich mittlerweile deutlich größer zu sein als die Nachfrage, was dazu führt, dass die Projektfinanzierung wahrscheinlich zu lange dauert. Aus diesem Grund kann man über Empfehlungen von Freunden derzeit 25 Euro bekommen bei einem Mindestinvestment von nur 100 Euro, was so mit einem Cashback von 25% entspricht. Dazu gibt es nochmal 0,5% Willkommensbonus, die du ohnehin bekommst, wenn du dich neu anmeldest in den ersten 90 Tagen. So ein Cashback sehen wir selbst bei einer windigen Bude wie Ländermarket nicht und als Investor der ersten Stunde kann ich selbst bisher absolut nichts Negatives über die Plattform berichten und mein Investment geht momentan in Richtung 3000 Euro. Wer also eine Alternative zur gebeutelten Immobilienplattform AsdaGuru sucht, der könnte nun mal Crowdpeer mit wenig Geld antesten. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Damit wünsche ich dir eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.